Bei uns ist jetzt Michael Lüders, er ist Nahost-Experte. Guten Abend, Herr Lüders. Schönen guten Abend, hallo. Weshalb gab es denn die Angriffe auf syrische Ziele, ohne auf die Ergebnisse der UN-Inspektoren zu warten? Ja, das ist eine sehr berechtigte Frage, die vollkommen untergeht in dem ganzen Schlachtengetöse. Ich glaube, man wollte Fakten schaffen, bevor man ein Untersuchungsergebnis hat. Möglicherweise wäre ja das Ergebnis dieser Untersuchung gewesen, dass es gar keinen Giftgasangriff gegeben hat, beziehungsweise dass die Urheberschaft des Assad-Regimes für diesen Angriff gar nicht gegeben ist. Und das wäre dann natürlich peinlich gewesen. Die USA waren entschlossen, eine Duftmarke zu setzen, umso mehr als Donald Trump sich in seiner Twitter-Mitteilung vor einigen Tagen sehr weit aus dem Fenster gelehnt hatte und sie wunderbaren und schönen amerikanischen Waffen und Raketen gelobt hatte. Er stand also unter Zugzwang. Dennoch ist dieser Angriff ein abgekartetes Spiel, wenn man so will. Die Amerikaner haben sich mit den Russen abgesprochen. Und die Russen, wie auch die Iraner, die ebenfalls in Syrien präsent sind, wussten, dass ihre Ziele nicht angegriffen werden. War der Angriff erforderlich und angemessen, wie Kanzlerin Merkel sagt, oder doch ein Völkerrechtsbruch, wie es von der Linken im Bundestag heißt? Wie ist Ihre Einschätzung? Wenn man die Dinge sachlich und aus der Vogelperspektive betrachtet, muss man sagen, ein ganz klarer Völkerrechtsbruch. Es gab überhaupt gar keine Legitimation für diesen Angriff auf syrisches Territorium. Egal, was man jetzt von diesem Regime hält oder nicht. Es gab kein UN-Mandat, gar nichts. Es war eine einseitige Entscheidung der USA, diese Angriffe durchzuführen, mithilfe Großbritanniens und Frankreich. Und das wird aus Sicht der Syrer und vieler anderer in der Region als eine Art imperialer Akt gewertet. Es geht hier um einen Stellvertreterkrieg in Syrien. Das muss man sehen. Es geht hier nicht wirklich um Giftgas oder nicht Giftgas. Es geht um die Frage, wer behält die Vorherrschaft in Syrien, die USA oder Russland, Israel oder der Iran? Was heißt das jetzt aber für den bereits sieben Jahre andauernden Krieg? Bringt uns diese Aktion dem Frieden in irgendeiner Form näher oder eskaliert nun der Konflikt? Der Frieden rückt nicht in eine größere Nähe. Und die Gefahr einer Eskalation, die besteht in der Tat. Denn alle hier involvierten Mächte sind nicht gewillt, der jeweils anderen Seite den Sieg in Anführungsstrichen zu überlassen. Was die Syrer wollen oder nicht wollen, interessiert ohnehin niemanden mehr von den äußeren Mächten. Und die nächste Konfrontation zeichnet sich ab. Im Mai wird Präsident Trump aller Voraussicht nach das Atomabkommen mit dem Iran aufkündigen, obwohl es funktioniert, obwohl die Iraner sich an alle Bestimmungen halten. Und es ist zu befürchten, dass Syrien auch weiterhin Auseinandersetzungen auf sich ziehen wird, militärischer Art. Jetzt zwischen Russland und den USA und in einem Monat dann möglicherweise zwischen Israel und dem Iran. Michael Lüders, Nahost-Experte. Danke für die Einschätzungen.